Good morning, good morning, good morning zum Let's Play Hey Day und ja, heute geht der ganz normale Wahnsinn weiter. Wir gucken mal, was wir so haben, was wir nicht haben, machen unsere Aufgaben, oh, und wir müssen auch ins Tal, denn da habe ich letztens doch wirklich, wirklich, wirklich aus Versehen einen Unfall gehabt, darf ja nicht wahr sein. Ah, ein Unfall des Todes, Wagen kaputt, alles kaputt. Moment, Feldweg, oh man, komm einmal noch an den Feldweg dann bitte. Bitte, bitte den Feldweg, nee, wird für nichts. Gut, dann gucken wir mal hier rein, das kann man nicht einsammeln irgendwie, keine Ahnung warum. Hier ein paar Weizen kaufen, sehr gut. So, rausgehen. Und zwei Freundschaftsanfragen. Ja, die nehmen wir an. So. Zack, zack. Crazy Duck. Und wir müssen auf jeden Fall in die Stadt, denn ich habe wieder eine Startaufgabe. Dann müssen wir meine Leute hier abgeben. Wegbringen. So. Vor allem muss ich ja auch noch unbedingt die Dingsaufgabe machen, die Farmaufgabe. Und die hat es ganz schön in sich, finde ich. Also die hat es wirklich in sich. Ja. Die ist nicht ohne. So. Die auch hier. Und die hier. Und ich habe es immer noch nicht so ganz begriffen mit der Farmaufgabe. Wobei ich habe mittlerweile einen. Oh, das habe ich nicht. Das habe ich nicht, was der will. Und ich sehe schon, es reicht nicht. Es reicht nicht. Es reicht nicht. So. Doch, doch. Der. Gehst du da hin, dann wärst du Nummer zwei. Gehst du da hin und legst da was hin? Bitte. Tatsache. Bam. Und wenn das jetzt der zweite war, dann weiß ich, wie es geht. Das wäre, das wäre phänomenal. Und du auch? Willst du vielleicht auch da hin? Wo gehst du hin? Nö. Der hat nur angetäuscht. Ach man. 21. Das war doch jetzt 22, oder? So, das geben wir noch. Ne, 21. Ja, die laufen alle so ein bisschen hier rum, so wie Falschgeld. Jetzt muss ich mal gucken. Guck mal, hier fehlt noch einer. Hier fehlt auch noch einer. Und hier, oh, da fehlen ja überall noch eine. Und ich denke mal, wenn ich das dann fertig habe, dann. Guck mal hier. Den könnt ihr auch noch da hinschicken. Den ganzen Rest. Ach guck mal hier. Immer die mit der Katzenpfote. Die mache ich. Und den Rest, den schicke ich nach Hause. Jawohl. Die haben ja nichts zu suchen in meinem Zoo. In meiner Stadt. Können alle nach Hause gehen. Haben alle keinen Test gemacht. So. Dann holen wir jetzt nochmal sechs Leute. Bam, bam, bam. Tap, tap, tap. Nein, nein. Was? Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Oh, ich hoffe, das sind die 60 Punkte. Wenn das jetzt nicht die 60 Punkte sind, dann weiß ich es nicht. Also da war ich irgendwie jetzt lange dran. An der Aufgabe. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum. Aber da war ich relativ lange dran. Oh, diese Schafe. Hoffentlich kriege ich noch mehr. Die sehen so ulkig aus. Da brauche ich noch, noch mehr. Na, und hier hinten könnte man, wenn man wollte, könnte man den Zoo größer machen. Krass, gehört das Schneegebiet auch dazu? Ja klar, cool. Cool. Haben wir denn hier schon, ne? Kommen dann da Schneegebiet-Sachen? Die, ne? Oder die? Nee, die nicht. Wow, also es sind ganz schön viele Tiere dazugekommen. Ja, da muss ich ja jetzt erstmal sammeln, wa? Ja, es kommt davon, wenn man so lange nicht gespielt hat. Ja, die stehen ja jetzt hier alle. Komm, wir machen denen mal ein bisschen Platz. Die kommen nach da. Haben die so ein bisschen Ruhe. Ähm. Und die Giraffen. Bitte sehr. Ja. Ja, da sind jetzt nur noch dicken Elefanten hier. Ja. Ja. Die haben es nicht anders verdient. Die sind hier am Wasser. Ja. Ja. Die sind am Wasser. Also es sind am Wasser. Ich glaube, das ist ein bisschen schlecht. Ja. So. Gucken wir mal hier rein. Nein, da fehlt ja das. nein da fehlt auch das ja ich muss rote wie heißen sie denn ja diese roten halt muss ich mal ein paar schon wieder fahren pass erreicht jetzt bin ich ganz durcheinander oh man jetzt bin ich echt durcheinander jetzt müssen wir gucken nicht dass ich hier irgendwie was falsch verstanden habe so hat er hilft keiner da hilft keine so wir gehen mal zurück ist es zu genau so schwierig schwierig und nein nein aber guck mal 22 das heißt ich mache schon das richtige das heißt nächste mal ist auf jeden fall richtig nächsten was auf jeden fall richtig und das tun hat es nicht geschafft alle verkaufen jetzt noch mal zehn sachen hier so jetzt aber einsammeln und hier einsammeln und bei den nächsten 60 punkten kommt er da auf jeden fall vorbei dass ich meinen ganzen mit kollegen hier diamanten schenken kann hat das hier vielleicht schon eine noch keiner gemacht so eine schande so eine schande keiner hat diamanten hier verschenkt man finde ich eigentlich auch ganz lustig dass das so zwischendurch ist und nicht direkt weil wenn man es direkt macht ja dann kriegen meistens immer nur dieselben und wenn man es so ein bisschen später macht also man weiß ja nicht wann man da ankommt dann kriegen halt die die dann zu der zeit in den chat geguckt haben und das finde ich eigentlich ganz cool weil ja es ist mal was anderes so hier hatte ich sachen angebaut die relativ lange brauchen ausnahmsweise weil sonst mache ich immer möhren oder so denkt mir ich gucke nachher noch mal rein dann gucke ich nicht mehr rein und das ist immer natürlich dumm das ist das ist wirklich ein bisschen dumm so wie jetzt natürlich hier dauert fünf minuten aber so lange spielen wir ja wohl noch in der zeit verschwende ich noch ein paar karotten wobei es ist keine verschwendung die geben so viele tools das ist unglaublich immer schön ich bekomme nur noch tools durch die tiere richtig cool also das ist schon gut gibt es eigentlich noch tiere die ich nicht geholt pferde es gibt pferde die ich noch holen muss mache ich das in diesem let's play kann ich eigentlich machen oder acht zeit nicht so seid doch nicht so kann ich doch machen so ich mache das auch schon mir jetzt die pferde so milch möhren da muss ich mal einen kompletten farmumbau machen so ein layout anfangen könnte man auf jeden fall machen so brot kann ich wahrscheinlich keins machen ich könnte hier schrauben verkaufen ja komm weg damit und klebebänder weg damit so ich stelle das nie ins äh in dings damit weil ich will immer dass leute die mich kennen das kriegen freue ich mich nämlich immer immer gerne den leuten helfen die man kennt das ist mein motto so wie lange brauchen die zehn minuten ja zehn minuten perfekt perfekt zehn minuten kriegen wir hin also dass ich da nochmal gucke jetzt auf jeden fall mal ins tal wie gesagt da bin ich gestern kaputt gegangen was schon die übelste frechheit war also wirklich frecher geht es nicht oh da ist ein Huhn da unten ich weiß nicht was man damit anfangen kann ob ich es überhaupt haben will ich finde einfach ich sag es ehrlich ich finde einfach die mit den tieren einsammeln und zum reservat bringen finde ich zehn mal besser so was habe ich jetzt von diesem Huhn Huhn ja keine Ahnung also das Huhn fühle ich nicht ne fühle ich nicht mag das Huhn auch nicht zum Essen okay ne Hühnersuppe okay aber einsammeln nö muss nicht sein muss nicht sein Speck obwohl ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel Speck habe also die die Punkte zu sammeln ultra schwer finde ich ähm da habe ich wenn wenn die Tiere da sind so easy und schnell Punkte eingesammelt und jetzt ist es wirklich eine Qual so viele Produkte muss ich raushauen aber ne es gefällt gar nicht gefällt mir gar nicht gefällt mir gar nicht da muss man wirklich hier Zeit oh der fährt so ach so warum fährt denn da so ein riesen Umweg ich dachte das geht egal komm ja so gefallen tut mir das ganze mal überhaupt nicht so zack komm fahr weiter fahr weiter also ich hätte es lieber mit mit den Elefanten den Giraffen einsammeln guck mal da oben ist wieder ein Huhn oh ich habe keinen Sprit mehr muss man hier erst mal drehen neun ja sechs 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 naja okay so umgedreht sagen sechs kommt noch eine sechs naja sieben war auch nicht gut so ja also meine ganzen schönen Produkte abgeben das das möchte ich eigentlich nicht komm her du Hühnchen ja ich sammle dich jetzt ein warum auch immer ich glaube damit schaltet man die Deko frei oder so ne was eigentlich auch schon frech ist will keine Deko freischalten müssen nö den Fisch habe ich ja gar nicht und hier eine ganze Torte und so alles schon habe ich und dann kriegt man ja auch keine XP oder so und kein Geld dafür sondern nur diese paar Punkte damit man dann irgendwann äh dafür ein paar eine Deko holen kann oder so guckt mal ich habe bin noch so weit weg von der Deko und ich habe schon so viel Material rausgekloppt auch gute Sachen ah ne das das finde ich total uncool wirklich 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 uncool komm hier 10 und 5 Punkte da ist wieder Fisch den ich nicht habe ja ne komm egal so und was ist hier Sache da kommt nochmal das Schwein da kommt nochmal das Schwein dieses Schwein da hinten nochmal okay ähm ja ich fühle das nicht ne könnt ihr mal schreiben was ihr dazu sagt ob ihr sagt mega cool aber jetzt habe ich auf jeden Fall Platz in der Scheune weil ich da so viel Zeug verballert habe ne das ist doof das nicht doof das ist doof das möchten wir nicht so jetzt kann ich die noch einsammeln in der Scheune habe ich übrigens irgendwie immer Platz ne in der Scheune da äh geht es mir ganz gut komm Bohnen mache ich auch nochmal brauche ich irgendwie dringend naja da muss mal Ruhe sein mit Bohnen und dies und das so und wir gehen jetzt noch einmal in die Stadt ah ich wollte die Pferde holen ja mache ich noch mache ich noch ähm aber wir gehen jetzt noch einmal in die Stadt weil äh was wollte ich denn in der Stadt oh nein ich weiß überhaupt nicht mehr ich weiß überhaupt nicht mehr ach die roten fehlten auch nö ich weiß leider nicht mehr was ich hier machen wollte super Gedächtnis äh ist voll profi mein Gedächtnis so komm wir sammeln jetzt einmal die ein ich glaube die sind dann auf helfen dann kann meine Gemeinschaft einmal helfen da ist ja dieses Valentinshilferding Helferding und ich mache das ja gar nicht so was und ich mache das ja gar nicht so was deswegen werde ich da auch nicht mitmachen können ah ne hä die sind zum Fällen okay warum ich habe gedacht zum Wiederbeleben oh das ist das ist dann mitnehmen oh das ist aber gemein damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet damit ich sehe nichts so 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 übrigens wenn das mal falsch gestellt ist und ihr könnt es nicht umdrehen dann macht es einfach so zack und beim nächsten Mal ist es dann andersrum Und so wollen wir es aber auch nicht. Wir wollen es wieder so. Ganz einfach. Also er dreht sich dann automatisch beim zweiten Mal. Wenn es nicht gepasst hat. So. So. Und so. Och Mann. Jetzt müssen die erstmal wachsen. Ja gut, dann sind die ja mit denen auf einem Level. Dann passt es wieder. Dann passt es wieder. So, jetzt gucken wir nach den Pferden. Hierfür. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommen da alle hin. Ne, ihr solltet ja einfach eigentlich nur da mal kurz warten. Guck mal, ein V. Noch ein V. Wo kommt das Pferd? Das ist das Pferd. Zwei Pferde. Und das waren sie. Zwei neue Pferde. Ich mach mal hier einen Screening & Screenshot. Und wir holen jetzt. Hier haben wir Amadeus, Amadeus. Tschung. Der rennt da rum. Und frisst direkt die Möhren weg. Super. Noch einer. Tschung. Wo rennt der hin? Oh, wahrscheinlich war nur noch da eine Möhre. Oder? Wahrscheinlich. Und ich habe keine Möhren mehr. Ja, jetzt habe ich richtig, richtig viele Pferde. Oh Gott, so viele Pferde. Wartet mal. Ich pfeife die jetzt mal alle hier hin. Jung, jung, jung. Das sind... Ne, Esels. Ihr müsst nicht kommen. Ihr seid keine Pferde. Ihr seid... Ihr seid lustig. Aber keine Pferde. So. Ja, also Pferde haben wir jetzt echt ultra viele. Es sind zwölf Pferde mittlerweile, ne? Wahnsinn. Tja, was macht man mit so vielen Pferden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ähm, wir sind aber für heute... Das ist gut, dass wir das letztens hier so dekoriert haben. Es sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Ähm, jetzt kann man sich natürlich noch hier und da was einfallen lassen. Aber da muss ich erstmal selber wieder ein bisschen gucken. Aber es sieht auf jeden Fall besser aus. Na, hier könnt ihr jetzt noch ein Weg... Ja, aber diese Trampelfahde, warum kosten die denn so viel Geld? Wo sind denn meine? Ich hatte doch so viele. Ja, da oben sind jede Menge. Auch so doppelt. Warum? Ey, Trampelfahde sind echt teuer, ne? Guck mal, Leier. Kenn ich nicht. Ähm. Habe ich in der Stadt so viele Trampelfahde? Hier, am Strand. Welch Verschwendung. Am Strand habe ich Trampelfahde. Das erkennt doch kein Mensch. So teuer. So, so, so teuer. Ja, ich weiß es nicht. Na gut. Kann man machen, muss man nicht. Wir sind raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.